Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von London 2012, die Olympischen Spiele und zwar sind wir auf dem zweiten Durchgang auf der Spielstufe schwer am siebten Tag, das heißt Halbzeit und wir werfen einen kurzen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel. Und zwar sind wir mit vier Punkten vor der Volksrepublik China und dann kommt eine etwas größere Lücke, da haben wir schon elf Punkte Vorsprung vor den Franzosen. Die Briten, welche sonst immer unsere Verfolger waren, abgeschlagen auf dem zehnten Platz mit gerade mal zwei Medaillen. So, wir werfen mal einen Blick auf die Disziplinen, was wir heute so haben und wollen uns natürlich gerade auch die neuen Disziplinen, die wir noch nicht gemacht haben in den Let's Play, in den ersten beiden Durchgängen, wollen wir uns mal anschauen. Da sehe ich jetzt gerade, ja ich denke mal, ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube Kunstspringen hatten wir das schon mal, drei Meter Bretts, ich glaube schon, aber das machen wir einfach nochmal und ich glaube 400 Meter der Herren hatten wir noch gar nicht. Das nehme ich auch einfach für heute mal mit rein. Wir haben ein Neustartticket, falls mal was schief gehen sollte und werfen einen Blick auf den Zeitplan. Um neun und um elf Uhr haben wir hier die Qualifikation und die Finals um 14 und um 20 Uhr. Aber los geht's jetzt erstmal im Aquatic Center in London mit der Qualifikation zum Kunstspiel. So, da sind wir im Aquatic Center, drei Meter Kunstspringen der Herren, die Qualifikation, also die, ja Turmspringen ist wirklich super schwer, also die Konkurrenz ist da gerade im Finale richtig, richtig hart. Das ist immer gar nicht so einfach, also da mitzuhalten. Wir gucken mal, ob wir die Qualifikation schaffen, aber fürs Finale eine Medaille wird schon wirklich sehr, sehr schwer werden. Ich denke mal, wir nehmen hier mal ein 2,5 Mal vorwärts gehechtet mit einer mittleren Schwierigkeitsstufe und schauen einfach mal, wie weit wir hier in der Quali kommen. Los geht's. Der Sprung war ja wirklich sehr, sehr sauber, super eingetaucht, auch sonst lief alles rund. Da ist der Athlet auch sehr zufrieden, ich denke mal, da kriegen wir Bestnoten für. Gucken wir einfach mal, 10, 9,5, 9, 8,5, 9. Die 10 wird gestrichen, die 8,5 auch. Das heißt, wir haben ungefähr knapp über 9 und 66 Punkte. Das hat jetzt gerade so für den Dritten gereicht. Der vierte sitzt uns auch im Nacken, aber vor den fünften haben wir jetzt schon 13 Punkte Vorsprung. Das ist gar nicht so schlecht, aber fürs Finale reicht das tatsächlich auch noch nicht. Wir gucken einfach mal, was wir hier noch so machen können. Wir nehmen mal einen schwierigen und gucken mal, was daraus wird. Ja, die Durchführung war ganz gut. Am Ende nicht ganz gerade gewesen beim Eintauchen, aber ich denke mal, das gibt zwar Abzüge, aber ich denke mal, das sollte noch überschaubar sein. Ja, die Schwierigkeit bleibt bei 3,5 und die Noten so um die 5,6 rum. Ja, das ist nicht so schlimm, da wir ja eine relativ hohe Schwierigkeit hatten, verlieren wir nicht mal Punkte auf den dritten Platz, sondern machen sogar noch einen gut. Das heißt, jetzt 14 Punkte Vorsprung. Hätten wir den jetzt noch besser gemacht, dann wäre noch richtig was bei rausgekommen. Aber da haben wir ja immer noch die Möglichkeit zu. Jetzt erstmal der dritte Sprung. Ich denke mal, wir nehmen hier nochmal Faktor 3,0, den zweieinhalbfachen Auerbach gehechtet. Und los. Oh, da gab es leider Probleme, da habe ich in die falsche Richtung gedrückt. Das ist immer gar nicht so leicht, in welche Richtung man sich quasi gerade machen muss, damit man vernünftig eintauchen kann. Das ist immer so 50-50-mäßig, was es dann wird, weil das immer ganz am Ende erst eingeblendet wird. Und da gucken wir mal, ja, die Schwierigkeit bleibt. Ja, ähnlich so wie eben haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der hier, der Sprung, die Schwierigkeit nicht aberkannt wird. Das heißt, wir haben noch zwölf Punkte Vorsprung vor den Australiern. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht weniger wird. Deshalb nehmen wir, denke ich mal, nicht den schwierigsten, sondern hier einen Delfin gehockt. Zweieinhalbfach, 2,7. Das sollten wir schaffen. Und los. Und, jawohl, der war ganz vernünftig. Auch relativ gerade, der Athlet ist auch zufrieden. Das sehen wir doch gerne. Mal gucken, was die Notenrichter sagen. Acht, ja, so um die acht, neun rum. Jawohl. Das ist doch vernünftig mit einer 2,7. Macht 67 Punkte. Das heißt, wieder sieben Punkte weggekommen. Das ist jetzt ungefähr 19,5 Punkte Vorsprung vor dem fünften Platz, der nicht mehr für die Qualifikation reicht. Allerdings ist nach vorne schon eine ganze Menge Luft. Also, das wird auch hier wieder mit einer Medaille, ich würde das sagen, fast unmöglich. Aber wir wollen ja erstmal nur das Finale schaffen und alles weitere sehen wir dann, äh, die Qualifikation schaffen und alles weitere sehen wir dann im Finale. Weiter geht's mit Sprungfass. Der war eigentlich recht sauber. Auch die Eintauchphase hat funktioniert. Das sollte wieder recht gute Noten geben. Die Schwierigkeit war ja auch relativ hoch. Und schauen wir mal auf die Noten, was wir da haben. Neun, ja. Damit lässt sich leben. Also, das wäre fürs Finale wirklich sehr gut. 89 Punkte. Das ist bisher mit Abstand der beste Sprung von uns. Da sind wir jetzt eigentlich auch fast sicher qualifiziert, wenn wir jetzt nicht noch irgendwie einen Bock reißen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir hier ein bisschen auf Nummer sicher. Nehmen hier Schwierigkeit 2,4. Und machen den jetzt sicher noch einmal. Zum Finaleinzug. Ah, da haben wir ein bisschen wieder Probleme bei der Eintauchphase. Aber ich denke mal, wir hatten so viel Vorsprung, dass das jetzt klappen sollte. 2,4, die Noten wieder so um die 5. Ja, ein 7 hier, die wird bestrichen. Ja, um die 5,5 rum. Und damit haben wir den vierten Platz, der uns zur Qualifikation berechtigt. Da gucken wir nochmal einmal kurz auf das Ergebnis. 38, ja, das war natürlich sehr schwach. Aber die Australier waren nicht wirklich viel besser. Von daher gehen wir verdient als vierter Platz ins Finale. Und schalten jetzt erstmal ins Olympiastadion zur Qualifikation einer neuen Disziplin. Und zwar die 400 Meter der Herren. So, da sind wir im Olympiastadion zur Qualifikation. Das Stadion ist wieder voll gefüllt. Und wir gucken einfach mal, also wir machen auf jeden Fall hier, weil ich glaube, wir hatten die wirklich noch nicht. Machen wir hier eine Einführung und gucken mal, wie das so läuft. Los geht sie natürlich wieder mit A. Und dann müssen wir die Anzeige antippen, die wir möglichst hoch lassen müssen. Überfülle die Anzeige, um zu sprinten und Ausdauer zu verbrauchen. Sprintest du ohne Ausdauer? Sinkt das Maximum der Ausdauer permanent? Halte die Anzeige im grünen Bereich, um Ausdauer aufzubauen. Ah, okay. Ist also relativ einfach. So, und dann am Ende natürlich möglichst sprinten und nach vorne hechten. Das kennen wir auch schon aus den anderen. Also, jetzt zur Qualifikation. Daumen drücken, dass das hier funktioniert und wir hier auch ins Finale einziehen. Los geht's. Ein vernünftiger Start. Ja, der Brite hier links, der zieht zwar schon ganz gut an uns vorbei, aber da können wir auf jeden Fall noch kontern am Ende, denke ich mal. Also, die Konkurrenz zieht hier schon ganz schön weg. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Boden gut machen. Also, ein bisschen ist ja auch noch. Fünfter Platz aktuell, den vierten, den wollen wir schon haben. Den haben wir jetzt auch. Jetzt heißt es wirklich, dranbleiben an den vierten. Na komm, der gibt ganz schön Gas. Vielleicht können wir hier den Briten noch überholen. Das kann eng werden, aber jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen an. Und jawohl, vierter Platz. Das hat gut funktioniert. Da wäre sogar auch noch der dritte drin gewesen, denke ich mal. In der Mitte eine kleine Schwächephase. 47 Sekunden, ja, das ist nicht die beste Zeit. Aber vierter Platz reicht auch hier für die Qualifikation. Ich kann nicht versprechen, dass es zur Medaille reicht. Das kommt auch ein bisschen auf die Konkurrenz dann drauf an. Aber das hat so gesehen eigentlich ganz gut funktioniert. Heute zwei Finals, die werden wir jetzt auch machen. Und zwar geht es jetzt wieder ins Aquatic Center zum Finale im Kunstspringen der Herren. So, da sind wir im Aquatic Center in London zum Finale im Kunstspringen der Herren. Also, wie gesagt, die Kunstspringen und Turmspringen, die sind wirklich sehr, sehr schwer, das zu machen. Gerade, weil die Eintrachtphase für alles oder nichts entscheidet. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wir müssen hier Risiko eingehen und auch schwere Sprünge nehmen, damit wir eine Chance haben, vorne mitzuspringen. Also, deshalb machen wir hier gleich mal einen 3,5-fachen und Daumen drücken, dass wir hier vielleicht eine Chance auf eine Medaille haben. Ja, das war jetzt nicht optimal. Wie gesagt, wieder die Eintrachtphase nicht so gut. Gucken wir mal. Ja, der Athlet ist nicht zufrieden. Das wird wahrscheinlich wieder nur in Noten bei 5,6 rum geben. Mal gucken. Ja, 7,5, 6, 6, 8. Ja, da können wir uns, denke ich mal, mit 6,5, 3 mal können wir uns wohl zufrieden geben. Damit haben wir 54 Punkte. Das ist, obwohl wir den ein bisschen verhunzt haben, ist das noch okay. Da haben wir noch ein bisschen 14 Punkte nach oben. Das ist machbar. Aber jetzt machen wir hier mal richtig harte Sprünge. Und hoffen, dass wir da den einen oder anderen sehr gut rüberkriegen. Weiter geht's. Ja, der war schon mal ganz vernünftig, die Eintrachtphase hier. Auch nicht optimal, aber auch nicht so schlecht. Der Kollege freut sich auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, weil die Schwierigkeit, das war der zweitschwierigste Sprung in diesem Block. Da gucken wir mal, was die Notenrichter sagen. 7,5, 7,5, 7. Also das ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Da habe ich mir jetzt wirklich mehr ausgerechnet. Mit 78 Punkte. Das ist zwar okay, aber wir verlieren wieder weiter zu den Mexikanern. Verlieren wir Boden. Auch zu den Chinesen, die hier vorne sind, sind ja unsere härtesten Konkurrenten aktuell. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Risiko gehen, um aufzusehen. Dann nehmen wir mal den schwersten Sprung hier, den Auerbach geheftet. und gucken, ob wir den ins Wasser kriegen. Ja, also auch hier die Eintrachtphase. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll. Also der Athlet freut sich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Obwohl es für mich jetzt nicht so gut aussah. Da gucken wir mal, was sagen die Haltungsrichter. Ja, 8, 7,5. Ja, ist okay. Damit sind wir bei 85 Punkten. Aber auch hier verlieren wir wieder Boden. Also das ist schon echt ganz schön hart hier, was die Konkurrenz abzieht. Also hier müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder die höchste Schwierigkeit nehmen und gucken, ob wir hier mal richtig Spitzennoten kriegen. Ja, hier auch wieder, wie man sieht, man hat kaum Zeit, sich gerade zu machen. Also der Athlet freut sich wieder. Aber ich denke mal, es wird wieder so Noten um die 7,5 bis 8 geben. Und die helfen uns leider wirklich nicht weiter. Ja, genau so ist es. Das macht 76 Punkte. Na, da verlieren wir auch wieder. Also 30 Punkte Rückstand jetzt schon. Obwohl wir ja gar nicht so schlechte Ergebnisse erzielen. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier wirklich mal Randale machen. Ja, ich denke mal, damit ist es dann vorbei. Schöner Bauchklatscher am Ende. Also da war wirklich wieder kaum Zeit. Da sehen wir es. Ja, 6, ja, 5, 5,5. Sind wir sogar fast noch ganz gut aufgehoben. Aber das war es leider. Da werden wir keine Chance mehr haben, um ranzukommen. Wir machen hier nochmal kurz den Einsprung. Und... Ja, der war wenigstens mal sauber hier. Hätten wir die anderen auch so gemacht, dann wäre es wirklich gut geworden. Dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Die Schwierigkeit war, glaube ich, 3,3. Und 10, 10, 9, 9. Ja, warum nicht früher so? Dreimal die 10. Und... 99 Punkte. Ach, schade, dass die nicht vorher gekommen sind. Aber was will man machen? Und... Boah, jetzt muss ich nochmal kurz das gucken. Da machen die... Hat er wirklich nur 60 Punkte gemacht. Da sind wir tatsächlich nochmal bis auf 12 Punkte rangekommen. Da tut es natürlich umso mehr weh, dass wir den Fünften so ein bisschen versiebt haben. Na gut. Aber die Konkurrenz war deutlich besser. Die Chinesen holen hier Gold. Sind wieder bis auf einen Punkt dran. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen in Zukunft, was wir machen. Aber wir haben ja noch das 400 Meter Laufen der Herren. Und ich glaube nicht, dass da ein Chinese bei war im Finale. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn es wieder heißt, im Olympiastadion Finale im 400 Meter Laufen der Herren. Wir schauen einmal, ob die Startliste doch ein Chinese ist dabei, direkt neben uns. Da gucken wir einfach mal, ob wir vor dem bleiben, ob der ins Ziel kommt. Oder als wievielter der ins Ziel kommt. Aber wir wollen hier eine Medaille. Mal gucken, wie es wird. Ja, der Start war ganz vernünftig. Am Ende, am Anfang verlieren wir leider immer wieder so ein bisschen. So, jetzt ist es auch mal lang gerade. Also wir sind doch schon ganz schön weit hinten, obwohl ich eigentlich fast hier am Maximum laufe. Also das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir hier in der Kurve, weil wir innen laufen, ja, ein bisschen was gut machen. Also da kassieren wir auf jeden Fall schon mal die Ersten. Aber ich denke mal, für eine Medaille wird es knapp werden. Also vielleicht kriegen wir den vierten Lauf, aber... Nein, das ist leider auch ziemlich schwierig. Da habe ich nicht die richtige Technik, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie man das machen soll. Weil wir ja eigentlich fast immer am Maximum waren und auch immer das, was wir für Sprinten hatten, verbraucht haben. Und die Franzosen holen hier vor den Chinesen Respekt Silber. Das heißt, wir gehen hier zweimal leer aus und die Chinesen machen mit einer goldenen und einer silbernen. Fünf Punkte auf uns gut. Die Großbriten, also die Briten hier auch mit einer Silbermedaille und einer bronzenen heute. Und damit ziehen die Chinesen an uns vorbei. Das kann wieder noch spannend werden. Hier sehen wir es nochmal zweimal qualifiziert, ganz knapp immer als Vierter. Aber im Finale ist es leider nicht besser geworden. Das heißt, wir gehen heute leider leer aus, haben aber eine neue Disziplin, glaube ich, gesehen. Ich glaube nicht, dass wir die 400 Meter schon hatten. Weiß ich aber nicht zu 100 Prozent. Hier nochmal kurz das Ergebnis. Wir sehen es im Kunstspringen China vor den Briten und Mexiko. Und im 400 Meter Lauf die Franzosen vor den Chinesen und den Briten. Wir sind leider leer ausgegangen. Und ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr am nächsten Tag wieder reinschaltet, wenn es heißt London 2012. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.